Ja, wer kennt Sie nicht aus dem Baumarkt, die Transportwagen. Nicht immer so attraktiv, deswegen musste was getan werden bei Wanzl. Michael Weiß, sagen Sie mal, was haben Sie denn jetzt hier verbessert? Zum ersten Mal in Geschichte von Wanzl kann sich auch im Transportwagenbereich der Kunde seinen eigenen Transportwagen konfigurieren. Das heißt, auch hier wollen wir den steigenden Bedarf nach Individualisierung gewährleisten. Das machen wir durch verschiedene Arten von Plattformen, wie Sie sehen, durch eine Kunststoffplattform, Drahtplattform und auch eine Holzplattform. Die Holzplattform kann auch jetzt kundenindividuell gebrandet werden. Das heißt, hier können auch wieder Corporate Identity Aspekte eine Rolle spielen. Zusätzlich zu den Plattformen haben wir unsere neue Grifflösung. Das bedeutet, auch bei schweren Waren können wir den Wagen leicht handeln, sowohl schieben als auch ziehen. Gleichzeitig haben wir die klassischen Korb-Varianten von Wanzl, die Sie schon von den bestehenden Modellen kennen. Außerdem können an den Wagen mehrere Werbeflächen angebracht werden, um die Corporate Identity des Marktes an den Kunden zu übermitteln. Michael Weiß, vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön, danke. Bitteschön, danke.